wir haben ja noch 3000 saft wo ist hier bitte noch einer das ist nicht der das ist nicht der im in den ketten irgendwo läuft hier noch einer rum und das muss irgendwo da sein bitte macht vorsichtig die tüte zu ja wunschdenken tür auf runter in deckung bitte hier sind wohl noch welche er wollte er wollte hier ist noch jemand okay was passiert wenn ich das ding drücke ja bitte sie mich nicht kommst du jetzt hier rein wo ist er da steht er okay wenn ich den jetzt nein du bist so schlau hält du bist so schlau wenn ich den jetzt irgendwie hier rüber zum beispiel gelockt bekomme dass ich sage hier da dann kriege ich jetzt hinter ihm und greift gegen verdammt verdammt bleib nee was soll das das kann okay du wolltest es nicht anders fairer kampf okay einer ist hier noch ich brauche echt so eine axt die axt war schon der hammer oder die fackel die fackel war jetzt auch nicht schlecht auch das ist auf der falschen seite warte 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 ich muss hier nein das war gar nichts okay nachladen errungenschaft freigeschaltet und der leichenberg wächst ja ich bin auch ehrlich gesagt überrascht dass ich so wenig verstorben bin ganz ehrlich ich bin davon ausgegangen ich bin davon ausgegangen dass das definitiv öfters passiert okay was hat dieses ding jetzt ausgelöst ist feste andere seite okay so was haben wir denn hier noch voll ja hallo ist hier noch jemand öffnen nehme ich gerne ich habe nämlich nicht mehr genug und eigentlich müsste ich auch mal wieder mir was verpassen ja die flasche nehmen wir später voll okay hoch hallo okay vorsichtig gehen und in die fenster gucken guten tag nein es ist auch ruhiger geworden oh das ist was wie haben sie das so schnell geöffnet sie können es gerne selbst probieren bitte die zeit drängt wir müssen leslie unbedingt finden bevor ihm irgendetwas zustößt ja okay was ist das denn gewesen neuer gegenstand die große spritze in diesem erste hilfekoffer stellt deine gesundheit im großen umfang wieder her allerdings mit vorübergehenden nebenwirkungen sie sind sehr selten aber erhöhen bei jedem einsatz auch ein wenig die maximale gesundheit nebenwirkungen 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 was ist das denn hier benutzen versuch nummer vier probanden nummer vier bis 13 gehirnströme verringert aber synchronisation hergestellt probanden sollten allmählich ein geteiltes bewusstsein erfahren bisherige versuche haben einen rapiden verfall des bewusstseins gezeigt ihre gedanken wurden zu einem höchst erlesenen amalgam aus mentalen versatzstücken ich muss mich selbst mit ihnen verbinden um den schrecken zu erleben bevor er vergeht was will er erleben du kannst du mal aufhören auf mich herunter zu starren das macht mich nervös weil wir hatten das schon mal ich weiß nicht was du von mir willst nein nicht das fenster ich weiß doch wieder nicht wie ich hier wegkomme naja das ist mir klar das ist so blöd wie komme ich denn hier vom fenster weg das ist jedes mal wenn ich hier gegen bin ich möchte hier bitte wieder raus deswegen meide ich diese fenster optik weil ich hier immer die ganze tastatur einmal drücken muss genau hab ich es jetzt ok weil es ist blöd leertaste zum untersuchen aber nicht leertaste um wieder los zu kommen so du willst du guckst jetzt da blöd runter oder was soll ich dir irgendwas helfen dir die leiter hinstellen nein versuch nummer vier danke probanden nummer vier bis dreizehn jaja gehirnströme verringert aber synchronisation hergestellt schön probanden sollten allmählich ein geteiltes bewusstsein erfreuen bisherige versuche haben einen rapiden verfall des bewusstseins gezeigt ihre gedanken wurden zu einem höchst erlosenen amalgam aus mentalen versatz was könnte ich da jetzt nehmen ach die flasche ne warum nicht war ich hier schon drin gewesen ich glaube ne ich bin jetzt im kreis gelaufen hier geht es jetzt wieder runter und ich glaube wir kommen jetzt langsam zu diesem zeitpunkt wo ich mich um dieses riesenviech kümmern muss aber ähm wie ist das eigentlich mit diesen wie wechsle ich die bolzen eher und da kann ich nur maximal zwei okay oh okay besser ich hatte die hochstelltaste an aber das das muss man echt sagen ganz ehrlich wie oft hat man das wenn ich die hochstelltaste an habe werden die anderen zeichen mir angezeigt finde ich super ähm finde ich gut so ähm Moment eine ne eine sache noch okay die schrotflinte werde ich wahrscheinlich eher nicht nutzen im notfall kann ich die mir immer noch da rein holen erster hilfekoffer okay aber wir lassen erstmal das medipack so okay 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 habe ich hier da kann ich mich nur verstecken ich bin der meinung ich bin durch kann das sein also jetzt mit den anderen ich bin der meinung ich kann jetzt hier ganz normal rumrennen ohne dass mich hier noch einer erwischt und ich hoffe ich täusche äh täusche täusche mich deswegen was sag mal seid ihr bescheuert was was echt jetzt alter ich bin doch gerade entspannt gewesen verdammte scheiße Entschuldigung ist es sinnvoll da jetzt hoch zu klettern äh wann kannst du mal aufhören immer diese okay ist es sinnvoll ich machs jetzt ich kletter da jetzt hoch und danach geh ich misskillen wieso fallen da auf einmal freggles runter oh man verdammt okay ruhig bleiben wir haben wir sind gut durchgekommen wir sind keiner da und warum sind die da jetzt runtergefallen und warum hat der eine noch geschrien was ist das denn Blendbolzen ein Sprengkopf für die Qualenarmpost der Gegner mit einem grellen Blitz blendet geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden und ich komm mir immer mehr wie ein Idiot vor weil ich dachte zwei Kugeln zwei Sprengsätze wir wuppen das oh Gott ich bin so froh dass ich ich bin wirklich froh dass ich neu neu geladen habe das wäre so so böse gewesen also wer weiß wie viele Versuche ich gemacht hätte aber es war auch interessant ne also wie gesagt ich habe ja ein bisschen gespoilert und leider hat keiner diese Aktion gemacht wie ich einmal in den Spiegel rein springen weil sonst hätte ich gewusst dann hätte ich nämlich gewusst ob es funktioniert oder nicht ok ich check jetzt hier alles nochmal durch in der Hoffnung in der Hoffnung dass wir dann alle haben ok da geh ich noch nicht rein da geh ich noch nicht rein ich will hier kein übersehen haben ok ich glaube ich glaube ich habe aufgeräumt ich hoffe es pass auf ich werde jetzt nach oben gehen wir haben ist denn bei mir hier alles schon voll wir haben oben noch Munition hatten wir noch und Streichhölzer haben wir gar keine mehr und aus diesem Grund gehe ich jetzt mal nach oben hole mir die Streichhölzer kann ich das Messer mitnehmen bitte sag mir dass ich das Messer mitnehmen kann kann ich das mitnehmen nein ok ok ich hole jetzt die den Restposten oben nein ich wollte skillen ich geh skillen genau ich geh skillen dann den Restposten oh wir haben hier sogar noch Saft sehr schön 6300 das lohnt sich aber jetzt noch irgendwo was da qualmt es nur wir gucken hier nochmal wir zertrümmern nochmal die Kisten hier na was ihr seid Kisten ok da hinten ist nichts weiter ok 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 gut gut einmal skillen speichern genau speichern ist gut weil jetzt sind sie alle tot haben sie etwas vergessen nein missing vermisst der vermisst vom kcpd die officer oscar oscar cornelli auf patrouille verschwunden sein wagen wurde am stadtrand verlassen gefunden wie auf patrouille verschwunden wie auf patrouille verschwunden der ist doch gar nicht auf patrouille verschwunden der ist doch hier gestorben gestorben ok ach sind das die konnten doch wie war das denn nochmal mit diesem ganzen ähm archiv ok tagebuchantrag mein erster tag mein erster tag als detektiv meine neue partnerin miura henson ist ein echter ein echter kracher zäh und gradelinig genau meine typfrau aber ich muss aufpassen sie hat mich fast dabei erwischt wie ich mir ihren heißen arsch angesehen habe ok hatten wir das schon gelesen ich weiß es nicht notiz aus der sehgemeinde hatten wir schon gelesen Fragment 2 fehlt mir was ich gerne wüsste und am ende werden die dann zusammengefügt oder was ärgerlich dass ich schon ein Fragment vermisste Person da habe ich noch eine übersehen es verwirrt mich das spiel verwirrt mich Experiment Nummer 4 Cerebrales Einstimmungsexperiment Nummer 4 Versuch Nummer 4 Proband Nummer 4 bis 13 Gehirnströme verringert aber Synchronisation hergestellt Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken ich muss mich selbst mit ihnen verbinden um den Schrecken zu erleben bevor er vergeht ok das sind ich verstehe das ist das Tonband was wir gehört haben gewöhnliche Schlüssel ok 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 so ich gebe mich jetzt erstmal Skilö jup jup ok wir haben jetzt ordentlich was zum ausgeben ähm ok ok Spritzenwirkung 5000 out ok 5000 3000 3000 3000 ok Waffen also als Reserve es ist sinnvoll es ist sinnvoll die ah die Spritzen werde ich mir erhöhen die kosten 2500 quallenbolzen was kann ich bei den quallenbolzen noch machen Explosionsbolzen 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 habe ich doch auch schon ne 2500 oh mein Gott was kommt noch alles auf einen zu wenn man die einzelnen bolzen noch skillen kann eine Sprengladung die hohen Schaden bewirkt 2500 2500 2500 2500 2500 5000 ok 5000 5000 Rennen Rennen hoffe ich müssen wir nicht also was ich ähm glaube ich machen werde ist einmal die ähm die Spritze also ich bin ehrlich ich würde gerne Nahkampf und Spritze aber es würde uns aktuell nicht helfen oh nein ja sicher die kann ich auch ich dachte das gilt für Waffe allgemein ok Spannengeschwindigkeit verringert die Zeit zum Nachspannen der Armbrust beim Ziehen für eine schnellere Schussfolge erhöhte Reichweite bei Nachladegeschwindigkeit aber keine keine höheren Schaden den mache ich direkt an den Bolzen ich muss einmal kurz gucken hab ich ich will nämlich wissen welche Bolzen ich jetzt habe da habe ich vorhin nicht drauf geachtet da ok ähm Informationen F Explosionsbolzen ok ich habe ich habe Explosionsbolzen zwei Stück ok ok ich habe eine Idee also ich werde tatsächlich auf den Explosionsbolzen skillen dass die mehr Damage nehmen also Waffen äh ach ne Qualbolzen da gehen wir auf die Explosionsbolzen was kostet das 2500 ja das ist es mir wert das ist es mir wert und wir haben noch 3000 2000 2000 ich bin grad am nachdenken ich bin grad am nachdenken ich bin ehrlich wenn es geht versuche ich im Nahkampf ich werde ich werde aber das kann ich auch später noch dass ich gegen den jetzt im Nahkampf bin ist ist also ist unwahrscheinlich weil der die Kettensäge hat ähm 3800 3800 Reserve nein brauchen wir nicht mehr 3800 3800 ich nehme das ja ok könnte ich will ich aber nicht ähm kann ich nicht weil mir 200 fehlen na super ok die genauigkeit könnte ich noch schadensmultiplikator ja so punkte ausgegeben ich weiß ich weiß ähm ich habe alles falsch gemacht ich habe sie falsch eingeskillt und alles mögliche das war mir klar ab jetzt kann ich nur noch das spiel verlieren denn jeder weiß es ist egal wie man es macht es ist immer falsch es ist immer noch fast ich weiß es ist immer noch wie es ist ich möchte das ein gerät der das ist wie wir das ist Untertitelung des ZDF, 2020